Wir werden euch Material zuschicken, damit euch der Anfang nicht zu schwer fällt. Ihr ruiniert alles! Wer hat euch gesagt, dass ihr die Blumen schlüpfen sollt? Diesmal existiert das alles wirklich, nicht wahr? Ihr ruiniert meinen Garten! Nicht daran ziehen! Ich habe euch ja gesagt, sie werden alles ruinieren. Erst den Garten, danach den ganzen Planeten! Das ist das wahre Leben. Mein schöner Garten! Danke, Ma'am. Danke, Ma'am.